Hörl TV Schatz, überall sind immer diese lästigen Fliegen. Ein Satz, den Sie vielleicht auch schon gehört haben. Und deshalb haben wir heute hier für Sie ein Premium-Fliegennetz, das Rucki-Zucki von alleine schließt. Weil Sie das jetzt nicht gesehen haben, gehe ich jetzt einfach nochmal in die andere Richtung zurück und Andreas erklärt Ihnen, was Sie hier Tolles bekommen. Liebe Zuschauer, Premium-Qualität, das bedeutet zum einen, Fliegennetz ist klar, da brauchen wir nicht so viel erklären, aber Premium-Qualität, das ist wirklich hier das Highlight, liebe Zuschauer. Denn wir haben verstärkte Kanten, das heißt nicht nur hier im Seitenbereich, sondern vor allem auch oben. Das ist ja auch ganz wichtig, liebe Zuschauer, denn wenn man durchläuft, dann muss natürlich auch oben, vor allem die Nähte müssen da wirklich extrem stark sein, die müssen extrem viel halten. Kann ja auch sein, dass man mal hängen bleibt und deshalb muss es stabil ausgeführt sein. Liebe Zuschauer, sowas bekommt man normalerweise nicht an der Grabbelkiste hier im Supermarkt oder im Discounter, sondern da bekommt man dann die einfache Ausführung. Deshalb, liebe Zuschauer, nehmen Sie sich zu diesem Preis, den wir heute eben anbieten, gehe hier gleich ein paar Mal mit. Für die Maße, liebe Zuschauer, da müssen Sie im Grunde gar nicht viel merken, außer der Angabe, dass es an die gängigsten Türen passt. Wir haben in der Breite einen Meter und wir sind in der Höhe bei zwei Meter zwanzig. Sie haben also wirklich hier genug Material, um diese Lücke, wo Sie durchgehen möchten, tatsächlich zu füllen. Vivian, ein Fliegenetz, das baut man natürlich gerade hier so im Türbereich, wenn es Richtung Terrasse geht, wenn es Richtung Balkon geht. Vielleicht haben Sie ja auch so eine Zwischentür, liebe Zuschauer. Ich kenne das zum Beispiel, ganz viele haben so einen Waschraum und dann geht es erst auf die Terrasse raus und dann ist da noch eine Zwischentür. Da muss man auch wieder was einsetzen, liebe Zuschauer. Ganz, ganz bequem ist natürlich, und das haben Sie jetzt die ganze Zeit wahrscheinlich schon gesehen, wie Vivian da durchgeht. Das heißt, das Fliegengitter, das Fliegennetz hier ist selbst schließend. Wir haben hier in dem Bereich, das sieht man wahrscheinlich sogar, überall Magnete, die, wenn man wirklich durchgeht, durch ihr eigenes Gewicht dann erstens mal nach unten gehen, Schwerkraft, und sich dann natürlich auch zusammenziehen und verschließen. Jawohl, haben Sie das gerade gesehen? Machst du das nochmal, Vivian? Guck mal, das ist wirklich absolut genial. Arm rein, Arm raus und dann verschließt sich das selber wieder. Das heißt, du kannst hier auch mit einem Tablett durchgehen, mit einem Wäschekorb oder auch mit einem Pflänzchen, mit einer Gießkanne. Liebe Zuschauer, selbst schließend, das ist jetzt der absolute Trend und das ist hier wirklich gewährleistet. Die Montageansicht, liebe Zuschauer, die ist herrlich einfach. Montagematerial ist komplett dabei, auch reichlich. Es ist so, dass hier mit Klettverschlüssen gearbeitet wird und doppelseitigem Klebeband. Sie sehen das jetzt gerade hier in dieser Aufnahme. Das heißt, Sie suchen sich Ihr Plätzchen aus für Ihr Fliegennetz. Dann bringen Sie diese Klettpads an, nenne ich sie jetzt mal. Und dann kommt eben dann Ihr Fliegengitter dran. Und wie gesagt, das komplette Material ist dabei. Und jetzt haben wir auch das Beispiel hier mit dem Wäschekorb. Wenn es rausgeht zur Wäschespinne in den Garten und das Ganze geht dann natürlich auch in die andere Richtung, verschließt sich herrlich einfach wieder selber. Das heißt, Vivian, wenn da mal der Hund durchrennt oder die Kinder, braucht man keine Angst haben, dass hier irgendwie Viehzeugs durchkommt. Gott sei Dank. Und zum Teil, vielleicht geht das Ihnen da ja auch ähnlich, hat man ja auch Tiere zu Hause, da denkt man sich, Vieh haben, die es eigentlich in die Wohnung geschafft. Und es ist halt einfach fies. Insekten sind fies. Und deshalb ist es umso schöner, dass wir Premium-Fliegennetze haben, die selbst schließend sind und das Ganze ungeziefert draußen halten. Vor allem, wenn sie doch so günstig sind. Wie hier 13,25 Euro TV-Sonderpreis und der Bestellnummer NC8846 unter 569. Ja, da wird das Leben einfacher gestaltet und dann werden Sie auch demnächst nicht mehr hören, Schatz, hier sind schon wieder die fiesen Fliegen in der Wohnung. Denn das ist ab heute Schnee von gestern mit Ihrem neuen Premium-Fliegennetz, das zudem auch noch richtig schick aussieht und vor allem Rucki-Zucki jetzt hier auch einfach wieder schließt. Also schauen Sie sich das an, es ist ein Traum und es erleichtert Ihnen natürlich auch die Sommertage. Denn kalt, warm, kalt, warm, nass, heiß bedeutet, dass noch mehr Fliegen und Ungeziefer auf uns zukommen werden. Und da wird Ihr Premium-Fliegennetz auf jeden Fall Ihr treuer Begleiter in diesen Sommermonaten sein. Gerne auch mehrfach ordern für 13,25 Euro und dann viel Spaß.